die weg krankenflügel also müssen ja die geschichte ich habe hier vorne erst ja also ich kann ja mit einem pompier nehmen ja ich habe frei geschaltet was ich eigentlich haben wollte kann ich dich irgendwie was mit dem genau das kann das schloss jetzt mal weg machen das kann wahrscheinlich erst mit alo mora über das lernen okay sie müssen sie meint wir müssen das selber machen dann machen wir das mit hermine der feil ich glaube ja aber ich irgendwie top oder so steile mittel hier ist doch nicht noch ein Habe ich irgendeine Möglichkeit am Topf oder so? Warte mal, die Lampen, die... Aha! Na gut, okay. Jetzt können wir hier den Arm krallen. Ich brauche noch eine Spinne und eine Blume. Ich habe keine Möglichkeit hier, um hier mal nur einen Kästchen zu holen. Was ist denn das? Anders geht es ja, glaube ich, gerade nicht. Ist das Malfoy? Ja, okay. 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 Das war's für heute. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Es ist nur ein Silter drin gewesen, auch eine Spinne und eine komische Blume. Oh. Die Ritter hat doch nichts damit zu tun. Aber wie kriege ich das jetzt ausgelöst, die Nummer? Das Ding blinkt doch hier so. Ich habe doch keine Ahnung. Aber ich habe gerade keine Ahnung. Aber unterm Bett ist jetzt irgendwas. Hä? Ich habe keine Ahnung. 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 Da ist nämlich die Spinne. So, jetzt brauchen wir noch die Blume. Aber ich kann mal gucken, ob Hermine damit was zu tun hat, weil Hermine kann ja hier diese Dinger merken. Mond, Stern, Hut, Dings. So, jetzt haben wir hier irgendwas zum Zusammenbauen wieder. Ein Rollstuhl. Ist das jetzt so ein nettes Gimmick oder hat das so irgendwas zu bedeuten? Ach, sie können verwandeln. Okay. Kann ich jetzt nehmen, was wichtig ist jetzt? Wir brauchen noch die komische Blume. Oh. 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 Das war's für heute. Ja, wir haben... Ja, was? Ja, warte mal. Irgendwann muss das diese komische Blume sein. Die Eiraune, die hat doch auch irgendeinen näheren Sinn. Wobei wir können... Warte mal. Können wir die Eiraune nicht klassisch filter lassen? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Das war's für heute. Wir freuen uns auch noch was, es kann sein, dass wir damit, wenn man das Glas so die Blume mitkriegen. Ich dachte vielleicht, dass wir damit die... Ich würde mir, wenn wir die Blume nicht mehr haben, wenn wir die Blume nicht mehr haben. Wir müssen die Blume nicht mehr so kommen. Jetzt ist es, dass wir die Blume nicht mehr finden, die Blume nicht mehr so kommen. Keine Ahnung, ey. Wo zur Hölle? Ich sehe es gerade nicht, ich gebe gerade keine Mühe. Oh, da ist das Ding aus Glas. Das kann natürlich auch sein, dass wir da mit ran müssen. Warte mal, ich probiere es mal. Das hat doch irgendwas Näheres zu bedeuten. Die steht doch nicht aus so einer Juxedollerei so. Ja, gut. Leck mich doch im Arsch, ey. Okay, interessantes Rätsel. Da war ich auf allerletzten Vorbereitung. Aber gut, wir haben es hingekriegt. Oh nein. Colin. Oh. Level abgeschlossen. So, wir haben Dobby freigeschaltet. Der hat eigentlich den ganzen Jahr ganz mal eingebrochen. Okay, wir haben auch zwei Wappen. Ich glaube nicht, das war irgendwie mal schaffen wir alles hier zufrieden. Steine haben wir alle, die viele 95% der Steine haben mal gesammelt. Gut, das ist auch nicht die große Hauptaufgabe, dass wir die Steine... Äh, äh, ja. 26 für den Abschluss des Levels. Und in der nächsten Folge geht's weiter. Abschluss des coaches. ler. Das ist ein. Thank you. Untertitelung. BR 2018